Hallo, in diesem kurzen Video möchte ich euch ein Produkt zeigen, das ich mir bestellt habe. Das ist kein Unboxing-Video mehr, denn ausgepackt habe ich es schon. Aber das Produkt sieht wirklich qualitativ so hochwertig aus, dass ich es gerne jetzt schon mit euch teilen möchte. Bestellt habe ich es in der Schweiz bei Mr. Green. Den Link dazu packe ich unten in die Infobox. Aber auch die Zuschauer aus Deutschland kriegen einen Link unten rein. Es ist ein in Deutschland hergestelltes Produkt, also das kann man entsprechend auch natürlich in Deutschland bestellen. Ich habe mir hier in der Schweiz auch noch hier so eine Rasierseife bestellt. Da weiss ich nicht, ob man das in Deutschland so auch bekommt. Das ist ein Schweizer Produkt mit natürlichen Zutaten. Ja, werde ich mal ausprobieren. Aber, um was es wirklich geht, ist dieser Rasierer. Der sieht qualitativ richtig gut aus. Es ist hier ein Dreiklingenrasierer mit Schwingkopf, sowohl für Männer als auch Frauen geeignet. Und, ja, der Sinn und Zweck von dem Teil ist, dass, wie man sieht, es ist komplett plastikfrei. Und die Klingen hier, das sind so Halbklingen, die kann man relativ günstig und auch plastikfrei ersetzen. Denn, ja, das Zumüllen, das Müllproblem auf unserem Planeten, der immer, ja, der Müllausstoss der Bevölkerung wird immer grösser. Hat sich irgendwie in den letzten, was waren das, 20, 30 Jahren irgendwie verdoppelt. Also, ja, zum denen etwas entgegenwirken, dieses Produkt. Und das ist natürlich auch mit Kostenersparnissen verbunden, denn so ein Satzklingen kostet wirklich nicht mehr viel. Der Rasierer kostet in der Anschaffung, was war das in der Schweiz, 130 Franken. Das wird wohl um die 110 Euro rum sein. Ja, wie gesagt, plastikfrei. Also normalerweise, wenn man so Rasierer hat mit Wechselklingen, hat man ja einerseits eine Menge Plastikverpackung. Und die Klingen selbst sind hier auch wiederum in Plastik eingelassen. Das ist natürlich mit einem gewissen Rohstoffverbrauch verbunden. Und auch, ja, mit einem Kostenpunkt, wenn man ehrlich ist. Und, ja, bei steigenden Rohstoffpreisen ist das sicher etwas, das auch nicht günstiger wird. Da werden die Preise wohl in der nächsten Zeit auch eher steigen. Das ist hier bei diesem Produkt nicht der Fall. Wir haben hier ein schönes Metallprodukt. Und, ja, da gibt es nichts zum Wegwerfen, bis auf die Klingen, wenn sie dann stumpf sind. Aber auch das ist dann Alteisen. Könnte man, kann man im Alteisen entsorgen, kann man praktisch wieder, ja, einschmelzen. Und, ja, kann man im Kreislauf recyceln und muss da nicht irgendwie in der Verbrennungsanlage entsorgt werden. Hier wird wohl niemand irgendwie die Klingen rauskratzen, sondern das landet einfach in der Müllverbrennung. Ja. Und auch Platz ist auch platzsparend, denn man hat hier irgendwie 100 Rasierklingen einzeln so in Papier eingepackt. Also man braucht hier auch wenig Lagerraum. Das wird jetzt kein ausführliches Produkttestvideo, denn, ja, da denke ich, gibt es andere, die das ausgiebig getestet haben. Die Rasierqualität findet man sicher auch auf den entsprechenden Videoportalen. Aber ich möchte das grundsätzlich einfach mal zeigen. Ich kann auch mal zeigen, wie man den zerlegt. Das ist wirklich sehr simpel. Man hat hier hinten diese zwei Schrauben. Die löst man, nicht komplett. Und jetzt kann man hier dieses Teil entfernen. Dann hat man hier, hoppa, die erste Rasierklinge. Die zweite, so ein Zwischenstück. Und hier das. So, muss ja auch im Bild sein. So. Also, ja, wirklich simpel aufgebaut. Auch hier alles metallisch. Kann eigentlich kaum etwas verschleissen und kaputt gehen. Ja, der Zusammenbau auch relativ einfach. Das sind, wie gesagt, so Sigelblades, also einseitig Rasierklingen. Hier hinten sind sie stumpf. Und das scharfe Ende muss hier vorne rausschauen. Dann kommt hier dieses Teil rein, sage ich mal. Die nächste Rasierklinge. Und dann wieder dieser Abstandhalter. Das System soll wohl mit diversen Herstellern von Rasierklingen kompatibel sein. Also man hat hier auch freie Auswahl. Ja, und dann die letzte Rasierklinge. Und dann kommt hier das Köpfchen. Hier wieder raufgelegt. Und dann hier hinten die Schrauben angezogen. So, gleich bei den Seiten nicht extrem fest. Es soll aber wohl auch schon halten. Einfach so ein bisschen anziehen. Und zusammengebaut ist der Rasierer mit den gewechselten Klingen. Ja, abgesehen vom ökologischen Nutzen und auch davon, dass es ja, ein Produkt fürs Leben ist. Also einmal so ein Rasierer gekauft wird wohl, wenn ich das so anfasse, von der Wertigkeit her ein Leben lang halten. Kann man auch gut reinigen, wenn man ihn zerlegt. Ja. Ist auch schön geformt. Schön glanz. Merkt natürlich etwas zu Fingerabdrücken. Aber ja, ist ja ein Nassrasierer. Also wird sowieso immer wieder nass werden und gereinigt. Ja, was kann man noch sagen? Der Lieferumfang. Geliefert wurde es. Geliefert wurde es. In dieser Kartonschachtel hier. Habt ihr drin gelegen. Mit im Lieferumfang sind einmal der Rasierer hier. Mit bereits drei Klingen eingespannt. Ausserdem waren drei Ersatzklingen mit dabei. Also das sind dann zwei Sätze Rasierklingen und ja, genau, das Teil hier, wo man den Rasierer hier so schön aufstellen kann, dass das nicht irgendwo herumliegt. Das Ganze ist natürlich rostfrei. Eignet sich auch, um das irgendwie im Badzimmer oder der Dusche stehen zu lassen. Da kann nichts rosten kaputt gehen. Was sagt der Hersteller dazu? Dieser ja, Chavent, wie auch immer man das ausspricht, Shavent, Shaving Style. Teil, wir haben deine Nassrasuren neu erfunden. Unser eleganter Shaving Rasierer nutzt klassische Rasierklingen statt Wechselköpfe und spart dir so eine Menge Geld und der Umwelt und Mengen an Plastikmüll. Ja, genau so ist es. Ja, mehr gibt es eigentlich kaum dazu zu sagen. Wie gesagt, ausführliche Testvideos wird man wohl bei den Videoplattformen finden und ja. Wollt ihr es euch noch kurz empfehlen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.